Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe am ersten Tag mit 1021 Euro angefangen. Bin jetzt bei 3960,31 Euro nach 22 Tagen. Meine Staffelungen sind 40, 100, 250. Das heißt, der erste Monat ist um und ich habe einen Gesamtgewinn von 2939,31 Euro erreicht. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten und mein Start Trade beträgt hier 40 Euro. Zunächst suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5 unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren. Das heißt, der erste Monat ist, dass der erste Monat ist. Ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. Das heißt, das ist mehr mit 4 und 5 Trades. Das heißt, wir werden mit 4 und 5 beträgt hier 50 Euro. Das heißt, das ist mehr mit 5 und 6 bis 4 Dollar. Vielen Dank. Vielen Dank. Sieht ganz gut aus. Der Kurs müsste allerdings noch etwas steigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt steige ich ein. Und gleich noch mal. Und noch ein drittes Mal. Und noch 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 mal.